Ne. Hä? Mach doch die Karte auf. Ja, ich seh das nicht. Jetzt zeigt es jeder, dass der da hinten ist, ja. Ähm. Ich versteh's nicht. Ich glaube, wir müssen irgendwo nochmal zurück, ähm. Nein, ich weiß, wo ist. Oh, die haben den Bug behoben, dass man schon laufen kann, während das Ding schon beschwommen wird. Ja, ich glaube, wir müssen... Ja, hier zeigt der Pfeil zumindest hin. Hier lang. Dann lauf ich doch einfach mal hin. Ach. Und es gibt noch Elfmeter für Dortmund. Oh, ja, Mann. Bestimmt 2-1, oder? Ich hoff's. Also wir müssen nach Delphi. Naja, ich dachte mir schon, dass wir wieder irgendwo hin müssen. Junge, wie weit wir laufen müssen, ganz ehrlich. Immer durch diese... Immer durch diese verdammten Portale, ey. Naja, das Transferieren dauert immer so lange. Naja. Und jetzt haben wir schon extra den Channel gewechselt. Naja, hallo Delphi. Und wohin? Es endet um, halt. Klar, geradeaus. Oh, ich bin mal zu spinn, Level 6. Und auch wieder Level 6 sein. Haha. Ne, Level 9. Oho. 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 Und 2-1. 2-1? Jo. Gefährdlich, ey. Was freut sich denn da im Hintergrund bei dir? Meine Mutter. Ach so. Ich hoffe nur, dass sie nicht gleich rein stürmt. Ach so. Vorhin konnte ich noch sagen, die sollte sich ein bisschen leiser verhalten. Haha. Aber Dani, das passt dann. Hä? Irgendwie ist er gerade da hinten. Oho. Wo ist der denn? Ach ja, ganz oben. Naja, ich hab nochmal draufgelegt. Ganz links oben in der Karte, Dani. Okay. Ich dachte mir schon. Na, lauf einfach. Mach mal hin. Oh, maximales Mana Plus Level 9, ey. Passt neu als jetzt auch gesehen. Alles klar. Geht schon. Oh, durch die ganzen Passen nachher zu schneiden und zu rendern. Uiuiui. Das wird ganz schön viel Arbeit. Die Knotte wird nicht viel Arbeit, aber... Es wird sehr lang dauern. Und ich muss wahrscheinlich auch ein paar Sachen rausschneiden. Egal. Ja, ich hoffe ihr seid alle noch da und hört unserem Geschwafel einfach zu. Finde ich cool. Und da ist der End der Dunkelheit. Da ist 25, Dani. Kannst du ihn angreifen? Ja, ich glaube so stark ist er nicht. Ich greif dann einfach mal an. Oh, geht. Na, egal. Ich glaube das war's. Kann man schon machen. Hast du alles bekommen? Ja, ich muss jetzt wieder zurück nach Pectus. Sehr schön. Wie immer. So lauffest, das finde ich immer am geilsten. Ja, das ist richtig herrlich. Macht richtig Spaß. Spass. 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 Mit 3S. Ich hab grad absolut keine Ahnung wie lange wir aufnehmen, weil ich meine Ruhe vergessen habe anzuschauen. Egal. Einfach mal drauflos aufnehmen. Wir haben Zeit. Und Lust. In Anführungszeichen. Lust zu laufen. Jo. Ich hab einfach auf die Karte geklickt und lass ihn jetzt laufen. Ja, ich auch. Deswegen lauf ich dir auch hin daher. Boah, Steppenbiene ey. Level 3, Dani. Schaffen wir dies eigentlich nicht? Ah. Wer tappig. Wird schon alles. Wo läuft der hin? Oh, Holz. Holzkopf. Oh, Mann. Das ist jetzt über hunderten Bienen. Wächterstatue. Hier war gerade ein Elite-Golem, glaube ich sogar. Eine Elite-Wächter-Statue, bitte. Golems sind was ganz anderes. Ah, okay. Ja, such ich auch. Egal. Sigma-Attack. Ja. An dieser Stelle grüße ich natürlich auch nicht. Gild Leader. Das darfst du gerne machen. Und dann geht's ab ins Portal nach Pectose ey. Na, das ging ja jetzt einigermaßen schnell. Der Transfer. Dann abgeht's zur Irene. Und müssen wir mal wieder ein bisschen mit der reden. Irine. Irine. Verdammt. Ja. Du geile Sau. Irine. Oh ja, Irine. Mars und Ares. Hier, gib Quest. Störungsfried von Delphi. Zetting. Überenden. Gut, keine weiteren Aufträge ey. So, dann abgeht's zu Steppenzentrieren. Wo ist der denn? Achso, die sind ja ganz vorne, gell. Egal, zuerst mal zu Arams. Träugst du mir. Ich hoffe's. Ha, die haben ja alle gar keine Arams. Ist ja voll nett. Sind das denn normale Zentionen? Ne, zu denen wissen wir jetzt noch nicht. Da oben sind gewaltige Raubritter. Nö, die Quest, die kam da auch erst ein anderes Mal. So, Aramis, hallo. So, Aramis, hallo. Bist du mal vertreten? Hier. Jonger ey, die hat gleich mal vier Quests für mich parat. Okay, es waren nur zwei. Okay, es ist nur eins. Oh, so viele Quellen. Oh, Mann, biebische Quellen. Ohne steht 3-1. 3-1? Awai. Ja. Ja, ja. Das ist eigentlich leider Bayern. Schön war's aber. Ah. Schade. Ja. Mit der Betonung auf war's. Naja. Die Fehlschreiben der Zentionen. Wir sollten hier ganz kurz ein paar Zentionen füllen. Kannst du die hier so pullen? Ich weiß nicht, ob man die pullen kann. Zentionen? Ja. Hier steht da vorne einer. Ah, okay. Schild war an einem Akro. Und die Akro... Die Akro... Die Akro... Das sieht man nicht. Ba-ba-ba-ba-deer. Hauen die Akro immer schön auf mich. Ja. Ja, Mann. Jetzt seh ich hier von hinten noch so eine Akro von so einem gewaltigen Skelett nicht rüber. Nein. Easy going. Ich kann's nicht looten. Ich kann's glaub alles nicht looten. Ich kann's glaub alles nicht looten. Einfach die Zentionen-Skills. Ah. Ich muss von denen so... Skillen? Killen. Ich muss von denen so einen Keeter mal hinter sein. Okay. Ah, fett. Ich kann... Hier ist eins. Hä? Hier ist eins. Noch eins. Perfekt. Noch eins. Gut, 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 gut. Und noch eins. Wie geht es? You don't say. Gut, ich brauch noch drei Stück. Boah, erstmal schön hier alle. Gebashed. So, fünf von sieben. Wir killen den hier mal selber. Ja, ich wollte ihn hier selber killen. Lerns oft. Aber... Die gewaltigen Schildwarane ganz ehrlich. Ich hab' dann... Die killen mit immer so was von weg. Ich bin hier einmal durchgelaufen. Ne, ich hab' einen normalen Schildwarane aber trotzdem... Bin da mal durchgelaufen und dann... Bing! Kenne ich! Der ist tot. Wachstumsexperiment. Was brauchen wir denn? Große Schildwarane. Ah, gewaltige Schildwarane. Alles klar, Dani. hol die mal ein bisschen, weil die haben wir so nicht mehr Zwei steck hab ich Ah, da war schon zwei, nicht schlecht Ah, da ist mein Freund Gut, drei von fünf Ja, mal ganz gut an die Zuschauer, ich hoffe ihr seid alle noch da Ich würde mich zumindest freuen Falls nicht, weiß ich, ich bin schuld Ah, ja auf jeden Fall Ich kann ja nicht schuld sein Hoffe ich mal Du bist im Let's Play wie der Stiffmeister bei American Pie Also den Vergleich finde ich jetzt mal super Steppenzentionen, ne zuerst gewaltige Kampfbiene, 13 Stück Die sind da vorne oder? Die sind da über diesen Mini-Hügel Oh ne, nein Die sind ja nur aggro, lauft euch beide durch Egal, egal Aggressivität Okay, egal, egal Du hast schon 50% HP verloren, egal Egal, einfach, einfach egal, Dani Ich wollte die Kampfbiene brauchen, oder? Ich brauche auch diese, ich brauche auch diese Eier da Ich brauche auch diese Eier da Eier, Eier sind immer gut Eier, 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 Eier No homo Ähh, ja ich bin da bei 27 Ein neues Abenteuer, Fabius steht hier offen Gut, da gehen wir dann nachher mal hin Aber alle Das Mächtchen mal Ein bisschen Damage erhöhen Eier 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 Gut, muss ich von denen was einsammeln? Ja, muss ich Grobe Mit grobe Naja, stimmt Es gibt wieder Klone Eier Gut, ja, die haben beide keine Egal Entschuldigung, weil die Kampfbienen Ah, geht schon eigentlich Kann man hier die Kampfbienen einsammeln und zu diesen Eiern locken? Ähm Ja Ich meine, wenn man neben denen steht und die Eier angreift, kommt die automatisch Oh Dani, komm helf mir mal bitte kurz mit dem Audi Danke Gern geschehen Das wollte ich irgendwie nicht, ich weiß auch nicht warum Kein Problem, wir brauchen jetzt noch Sechs von diesen Bienen und fünf von diesen Eiern Gut, Bienchen Bienchen sterbt Da sind noch vier von diesen verdammten Kackbienen hier Hier oben sind noch einige Hä? Hier oben Okay, komm sofort Ich spiel zurück, zieh das Ei Okay, ich komm sofort, ich spiel zurück, zieh das Ei Drei von sieben Eiern Ah, da liegt gar keine Quest drauf Schade Oh, hier hinten gab es viele So, hier ist was Oh Dani Helf mir mal bitte kurz Die Bums sind gleich hier Jo, bin auf dem Weg, bin auf dem Weg Junge, 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 Junge Junge, ey Danke Gerne Alles klar Jo, haben beide Und hier vorne muss auch noch eins sein Ja, da vorne ist auch noch eins Gut, ich brauche noch zwei von diesen Dicken Eiern Jetzt noch eins, wenn ich das da eingesammelt habe Check dich das Ja Lassen wir ganz gut resten So ist mein Leben und mein Mana sich einigermaßen regeneriert haben Wenn es so weiter geht, dann bin ich ja gleich Oh nein, direkt neben so einem Ei bin ich Direkt Dann greift es mich an Hier ist noch sowas Ah ok Ah ok, ich hab die Quest, auch erledigt Sehr gut Also dann müssen wir zu Aramis Aramis Danach müssen wir zu Steppenzentionen Die sind gleich neben dem Portal nach Superion Über dem Portal Rechts neben diesem dunklen Bereich Ok Dankeschön